Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie den Zufall auf Ihrem Pi noch zufälliger machen können. Zufall brauchen wir immer, beziehungsweise unser Pi immer, wenn es zum Beispiel um das Thema Verschlüsselung geht. Und wenn man einen Pi als WLAN oder als VPN-Server betreibt, dann werden die Daten verschlüsselt, die Daten, die übertragen werden. Und um die Verschlüsselung unvorhersehbar zu machen, wird auf sogenannte Zufallsdaten zurückgegriffen. Das Problem ist nur, dass ein Computer keine Zufälle kennt. Deswegen bedient er sich aus einem vorhandenen Pool von Zufällen. Allerdings sollte der Pool natürlich groß genug sein, denn wenn der vorhandene Pool nur wenige Zufälle beinhaltet und damit unser Pi immer auf dieselben Zufälle zurückgreift, ja dann ist es ja irgendwann kein Zufall mehr. Insoweit, das können wir jetzt einfach prüfen mit dem Befehl cut-proc-sys-kernel-random-entropy-available. Schicken wir ab. So, derzeit der Wert 2664. Alles was über 2000 liegt, ist gut oder groß genug. Alles was da drunter ist, ist nicht gut oder groß genug. Sie können das ganze abstellen, indem sie apt-get install have get eintragen. Abschicken das ganze natürlich. Wenn fertig, einfach die letzte Zeile nochmal. Also nochmal entropy available. So, jetzt habe ich 3800, das nochmal wesentlich besser. Bei ihnen sollte auf jeden Fall jetzt ein Wert über 2000 dabei rauskommen. Okay.